Herzlich Willkommen meine sehr verehrten Zuschauer, hey, wir sind wieder zurück bei Hearthstone Heroes of Warcraft, beim Endboss von Noxramas, in der Spitze der Nekropole und der Endboss ist natürlich Kaelthusad. Der nächste Kampf wird nicht einfach. Ich habe gehört, dass der Boss allmächtig ist und unglaublich gut aussieht. Oh mein Gott, fügt dem Helden zwei Schaden zu und friert ihn ein. Den müssen wir rushen. Und das bedeutet, wir müssen einen Rush Deck bauen. Glaube ich ja, ich wette natürlich, dass es sind. Schreit eigentlich fast nach dem Schuh. Ach ne, warte, Schuh geht gar nicht. Wenn wir eingefroren sind, dann benutzt uns das überhaupt nichts. Jetzt bin ich verunsichert. Paladin? Wenn er unfair spielt, dann brauche ich bestimmt ein Gottesschild. Paladin? Ich bin eigentlich so gar nicht Rush Deck Spieler. Aber muss ich machen, der ist der einzige, glaube ich, der jetzt mit der Helden-Fähigkeit... Erstmal alles rausnehmen. So. Für ein gutes Paladin-Deck. Dann brauche ich mal... Helden-Opfer. Für Gleichheit brauche ich auch, falls ich überrannt werde. Heiliges Licht, hä? Die brauche ich. Das brauche ich. Ne, brauche ich nicht. Ich werde ja nicht angegriffen. Das brauche ich dafür. Davon nehme ich sogar... ...zwei mit, ja. Die brauche ich beide. Ich brauche das. Das brauche ich auf jeden Fall. Das brauche ich auch. Sieht mein Deck aus bis jetzt. Okay. Brauche ich auch. Und... Ich habe so viele Tren vor, ne? Ich brauche ich auch noch mal. So. Pack ich ein. Kommen auch beide gleich mit. Die beiden auch. Ne. Finde ich den Schleim besser. Ich nehme die beide mal mit. Nehme ich auch mit. Einer reicht erst mal. Nehme ich mit. Ich brauche mir gerade überhaupt kein Rush Deck. Fällt mir überhaupt nicht. Ich brauche es bei Sicherheit. Nehme ich mal mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ähm... Was nehme ich noch mit? Den nehme ich mit, wenn der... Ach scheiße. Ich habe schon 30. What the fuck. Schmeiße ich ein Schwert raus. Brauche eigentlich noch irgendwas... ...mit... ...richtigen Bums. Den brauche ich noch. Ein Ei kommt raus. Ich kann auch Spaß und Lüxia mitnehmen. Ich bin so ein Weichei. Nachdem ich das Deckel zusammengestellt habe. Oh Mann. Äh. Traue ich mich jetzt endlich mal gegen Kato. Ich bin so ein Weichei. Ich wette. Das ist absolut katastrophal. Was ich jetzt gemacht habe. Egal. Schau mal rein. Scheiße. Er hat Spinnen versteckt. Uta gegen... ...Kaitusat. Endlich lernen wir uns kennen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja das hoffe ich von dir auch. Und ich mit gigantischen Dienern und vernichtenden Zaubern. Viel Glück. Das ist ja so übel wenn der genauso ist wie im Endkampf. Dass er nachher in Rage geht. Ja werden wir mal schauen was uns jetzt hier erwartet. Das ist ein geiler Anfang eigentlich. Jo. Schauen wir mal. Ich werde das Blut in euren Nadern gefrieren lassen. Das ist schon mal nicht so geil. Ich werde das Blut in euren Nadern gefrieren lassen. Also können wir die Grut in und ausgleichen dich. Das ist so geil. Ich liebe das übrigens, dass der gebufft wird. Das ist so imber. Das ist übrigens ein fetter Tipp als Kombo, ne? Diese Kombo ist so geil. Ich hatte es gerade schon wieder vergessen, aber es ist einfach nur Hammergau. Ich habe echt das Gefühl, dass ich mich hier reihen muss. Alter, da war ich ja gerade rechtzeitig. So, Mister, das war relativ doof von dir. Das geht leider nicht anders, ne? Was hat er denn jetzt hier? Was wir machen. Übernehmt bis zum Ende suche es jemanden. LOL. So. Das Ei spiele ich jetzt noch nicht. Obwohl, ich muss erst ihn spielen. Und dann ihn. Für Ehre. Ich will da nicht noch einen reinsetzen. Der haut mir davon. Aber wobei scheiße. Hätte mich zum Dienst. So. Ja. 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 Wieso? Cha. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ein Lichtkönig! Helbe mich zum Dienst! Für den Lichtkönig! Mach ich das jetzt? Ja, ich mach das jetzt. Sieht ja noch ganz gut aus. Ich muss sagen, ich habe echt Angst um die Ketten. Aber bis jetzt macht er das nicht. Das ist viel. Das ist wiederum gut. Das ist eigentlich relativ Wahnsinn, was ich hier mache. Das ist so viel Karten spiel. Das ist viel Karten spiel. Das ist klar. Was ist das hier? Was sollen wir denn hier jetzt spielen? Hände mich zum Dienst. Für den Lichtkönig. Die Verdammten stehen bereit. Nicht mit mir. Ich habe gewonnen. Wenn jetzt nichts noch kommt, habe ich gewonnen. Ja. Und ich würde sagen, wer tötet die, wie es sich gehört, für einen Paladin. Anständig. Mit einem 30 zu 0. Anständig. Ja. Ja. Wie hätte das gedacht? Ja. 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 Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video der Paladin Herausforderung. Bis dann. Euer Frost Gribben! Vielen Dank.